Ich glaube, ich bin in der Stadt, in Zürich. Steven hat mir dann eine SMS geschrieben. Hey, gratuliere, du bist aufgeboten. Für was aufgeboten? Und das ist etwas in mir geweckt worden, wie selten in einer Karriere. Du bekommst ein Aufgebot und für mich ist das so wie die grösste Anerkennung, das grösste Aufgebot, das du in deiner Karriere bekommst. Ich bin ein bisschen emotional geworden und habe mich mega gefreut. Dann kam die Nervosität schnell. Was kommt auf dich zu? Wie gross ist das wirklich? Es sind neue Leute, neue Erfahrungen. Aber ich habe mich mega gefreut und das hat man dann auch gesehen.